Für eure Party oder euren Geburtstag oder was auch immer so ansteht, habe ich jetzt ein Rezept, das würde euch bei allen anderen zum Superbäcker aufsteigen lassen. Und zwar die XXL Zimtschnecke. Die ist so richtig groß und die ist auch noch ganz einfach zu machen. Und alle Sachen, die ihr dafür braucht, sind gar nicht so viele, zähle ich jetzt mal auf. Das ist zum einen Mehl, Zucker, Butter, Hefe und Backpulver. Also es ist wirklich gelingsicher. Und Milch. Die ist auch ganz wichtig für den Hefeteig, damit der richtig schön geschmeidig wird. Den braunen Zucker und die Butter und den Zimt, die nehmen wir gleich, um diesen Zimtcreme zu machen, die in die Schnecke reinkommt. Und das andere kommt einfach alles nur hier in die Schüssel und wird durchgerührt. Toll, oder? Los geht's mit der Milch. Die macht ihr vorher am besten warm, dann gelingt es noch besser. Dazu kommen Zucker, Hefe, Backpulver und die weiche Butter. Dann kann schon gerührt werden. Später kommt auch das Mehl dazu. Das Tolle am Hefeteig ist, dass er so satt macht, süß und herzhaft gemacht werden kann und dazu so günstig ist. Es ist ein schöner Teig geworden. Also ihr müsst gucken, dass der dann ungefähr so aussieht. Also so schön glatt und gleichmäßig, dass keine Klümpchen drin sind. Und jetzt wird dieser Teig zugedeckt und darf gehen. Also nicht weggehen, nur sich vergrößern. Das kennt ihr vielleicht von den Geschirrbergen in der Küche. Die vergrößern sich ja auch von selbst. Den Ofen habe ich auf 30 Grad gestellt. Da bleibt der Teig für eine Stunde. Während die Hefe sich ausruht, ruhe ich mich nicht aus, denn dann mache ich mir meine Zimtbutter. Und die besteht aus Butter, Zimt und Zucker. Ach, Zimt ist was Feines. In der Duftpsychologie, da gilt Zimt ja als warmer Duft und als wohlig und angenehm. Und deshalb wird der viel im Verkauf genutzt, weil die Leute fühlen sich dann gut. Und dann geht das Geld leichter aus den Taschen. Verrückt, oder? So, jetzt gebe ich hier noch den braunen Zucker dazu. Das ist roher Zucker. Ach, herrlich. So, und jetzt vermische ich das Ganze einfach mit der Gabel. Da sparen wir uns also auch noch Geräte und zusätzlichen Abwasch. Die Zutaten verbinden sich ganz flott zu einer cremigen Masse. So, Füllung ist fertig. Mal gucken, was der Hefeteig macht. Der dürfte die Zeit genutzt haben, um sich ganz schön aufzuplustern. Tada! So ein klein bisschen Hefeteig ist jetzt ein großer Hefeteig geworden. So muss es sein. Um ihn weiter zu verarbeiten, bemehle ich nun die Arbeitsplatte und meine Hände. Sonst klebt mir der schöne Teig gleich fest. Hefeteig ist einfach was Tolles. Dann kann man sich schon mal so ein Rechteck ziehen. Man kann ihn jetzt auch bearbeiten mit Nudelholz, aber das muss man gar nicht. Also die Schnecke soll ja ganz groß werden. Die soll nämlich nachher in diese Pfanne passen. Tada! Und deshalb muss ich wirklich hier so ganz groß rumkringeln. Und deshalb mache ich mir vier Streifen, die ich alle dann so miteinander immer aufrolle, bis es größer wird. Das kriegt ihr prima mit einem Pizzaroller oder Messer hin. Und jetzt streiche ich mir die Streifen immer schön ein mit meiner Zimtbutter und rolle sie dann zusammen. Damit nachher nicht zu viel an den Seiten rausquetscht, lasst am besten einen halben Zentimeter zum Rand frei. So, und jetzt rolle ich das Ganze zusammen. Das geht ganz einfach und muss auch gar nicht so genau sein. Das ruckelt sich in der Pfanne von selbst zusammen. Und die nächste. Der Streifen geht dann hier weiter. So wickelt ihr die Streifen Stück für Stück einfach drum. Immer einbuttern und um die bestehende Teigspirale herumwickeln. So wächst die Zimtschnecke zu ihrer wahren Größe heran. Wer übrigens Zimt nicht so mag, der könnte ja mal Kakaopulver ausprobieren. Vielleicht wird es dann eine Schokoladenschnecke. Jetzt kommt das gute Stück in den Ofen. Also ihr braucht jetzt keine Sorge haben. Der Pfanne passiert nichts. Ihr könnt natürlich auch gerne eine Springform nehmen, wenn ihr eine große habt. Oder eine Auflaufform oder so. Da kann man so eine Schnecke genauso gut machen. Die kommt jetzt in den Ofen für 45 Minuten bei so 180 Grad. Je nach Ofen kann es auch ein bisschen länger dauern. Dann gebt einfach noch ein paar Minuten drauf. Die Zimtschnecke bäcket jetzt richtig lecker aus. Und ich werde mich um das Topping kümmern. Ich liebe es, wenn oben noch so ein Zuckerguss drauf ist. Und den rühre ich jetzt auch noch zusammen. Dafür brauche ich Puderzucker, Frischkäse, Butter. Hier habe ich so ein bisschen Milch drin und Vanille. Die Zimtschnecke ist ursprünglich eine schwedische Erfindung. Aber das Frischkäsetopping ist zu 100% amerikanisch. Das macht die Zimtschnecke extra saftig und gibt dem Ganzen noch das gewisse Etwas. Es duftet jetzt hier schon nach Zimtschnecke. Toll, oder? Und es duftet ja nicht nach einer normalen Zimtschnecke, sondern dem ganz großen Bruder davon. Mehr Schnecke, mehr Duft. Ach, herrlich. Sie hat ihr Ziel erreicht. Oh, schwer, 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 schwer. Sieht sie nicht fantastisch aus? Schneckchen, großartig aus. Du kleine Schnecke. Zack. Das ist ein Oschi, oder? Und der bekommt jetzt noch mal original amerikanisches Frischkäsetopping. Mehr geht wirklich nicht. Da kriegt man doch sofort Appetit, oder? Wie geht's euch? Wickeln wir dich mal hier ganz galant ab. Jetzt kann man hier ganz köstlich so die Butter mit dem Zimt sehen. Och, und dann ist auch noch Guss drauf. Und sie ist noch warm. Oh, but what it is I like a lot. Musch, ach. Eine große Schnecke für kleines Geld. Mit meiner XXL-Zimtschnecke aus der Pfanne könnt ihr ganz schön Eindruck schinden. Und viele Gäste glücklich machen. Probiert's mal aus. Ja, das ist so really cool. Vielen Dank.